Überragendes Solo durchgesteckt zu Mölders. Der fackelt nicht lange. 2-0. Nach gerade mal 13 Minuten die deutliche Führung für die extrem bissigen Möwen, dank des siebten Saisontors von Mölders. ... Minuten zu spielen. Philipp Steinhardt lang und hoch auf Mölders. Was macht der gegen zwei? Er macht ihn rein. Ein Doppelpack zum 3 zu 1. Endstand in Unterzahl. Die Löwen haben jetzt 8 Punkte Vorsprung auf Schweinfurt. Trainer Klaus kann es nicht fassen. Heute wäre es realistisch machbar gewesen bei den Löwen. ...ball auf Dressel, dann Urusu zur Mitte, dann wird es ein bisschen unübersichtlich. Lex kommt zum Abschluss. Nachschuss Mölders 1 zu 1. ...an die Nachspielzeit. Und 60 nochmal mit einem Vorstoß über Steinhardt. Der flankt zu Mölders. Der nimmt ihn runter und trifft. 3 zu 2. Der Siegtreffer in der Nachspielzeit durch Sascha Mölders. ...